Für die meisten ist die Urlaubszeit schon vorbei. Ich fahre jetzt bald in Urlaub, zum Glück. Die erste Woche werde ich mich, glaube ich, nur in meinen Schaukelstuhl setzen und relaxen. Und die zweite Woche werde ich dann vielleicht ein bisschen schaukeln. Dies Jahr hat meine Frau für mich gebucht. Ich weiß noch nicht genau, was dabei rauskommt. Wollen wir mal gucken.